Das Missionswerk Karlsruhe ist eng mit Jerusalem verbunden. Jedes Jahr fährt eine Reisegruppe nach Israel. 2019 hat die Gruppe eine besondere Einweihung gefeiert. Dank großzügiger Spenden konnte der 52. Kindergarten in Jerusalem vollständig renoviert und ausgestattet werden. In den gepflegten und modernen Räumlichkeiten können die Kinder ausgelassen spielen und in einer schönen Umgebung aufwachsen. Das ist großartig. Danke, vielen Dank. Die Familie Müller Zuerst der Vater Siegfried und jetzt der Sohn Daniel spenden schon seit über vier Jahrzehnten zugunsten von Kindern in Jerusalem. Das Ehepaar Müller und ich waren jetzt zusammen mit den Kindern im Kindergarten. Und es ist so schön zu sehen, wie die Kinder es zu schätzen wissen, was hier getan wird. Ich als Bürgermeister Jerusalems bedanke mich im Namen von ganz Jerusalem bei Daniel Müller und bei allen seinen Freunden. Daniel, Sie führen die Tradition Ihres lieben Vaters weiter und Sie pausieren nicht einmal. Sie kommen jedes Jahr nach Jerusalem, um uns zu helfen. Diese Solidarität ist nicht selbstverständlich. Es gibt keine Umstände, die dazu führen, dass sie nicht kommen. Jerusalem ist meiner Frau und mir ganz besonders zur Heimat geworden. Und so dürfen wir heute dieses 52. Projekt einweihen. Und das ist wirklich ein Vorrecht. Nicht, weil wir zwei großartige Leute sind, sondern weil ihr großartig seid und uns die Mittel gegeben habt, diese Sachen zu verwirklichen. Vielen Dank, dass Sie diese Kinder segnen. Vielen Dank, dass Sie das sind.